Kunden das gefallen lassen? Kassensturz. Dienstag, 21.05 Uhr. SRF 1. Ich kenne Salome jetzt schon seit vier Jahren. Sie war 14 und im vierten Monat schwanger. Meine eigenen Kinder waren damals noch klein und ich wusste, was es bedeutet, sich die Nächte mit weinenden Babys um die Ohren zu schlagen. Wie muss das erst für einen Teenager sein? Wie ist es, wenn Kinder Kinder kriegen? Das wollte ich herausfinden und besuchte Salome fortan regelmässig. Und so hat alles angefangen. Beim ersten Mal hat er mir einfach erzählt, dass er nicht zeugungsfähig ist. Als ich gesagt habe, dass ich mir eigentlich Kondom brauche, hat er gesagt, dass er keinen Unfall hatte. Ich habe jetzt eben darum keine Kinder mehr zu zeugen. Und dann habe ich halt ohne mit ihm schlafen. Und dann ist es halt passiert. Wieso hat er dich so angelogen? Das weiss ich nicht. Keine Ahnung. Ist das denn dein erstes Mal gewesen? Ja, das war mein erstes Mal. Es war nicht schlimm. Aber ja. Salome ist das älteste der drei Kinder von Samuel und Dorothea, die jetzt mit 40 und 41 Jahren Grosseltern werden. Natürlich waren wir zuerst sehr erschrocken. Dann haben wir gedacht, das dürfte doch nicht wahr sein. Wieso? Wir waren schon ziemlich perplex. Nach dem positiven Schwangerschaftstest war das weitere Vorgehen für Salome vorerst klar. Ihr Freund, der 18-jährige Vater des ungeborenen Kindes, hatte sich per SMS von ihr getrennt und sie hatte nicht die geringste Lust, sein Kind auszutragen. Ihre Eltern, aktive Mitglieder einer evangelischen Freikirche, gingen mit Salome den ganzen Weg bis zum Schwangerschaftsabbruch. Der Termin im Spital stand schon fest. Aber dann irgendwie, ich weiss auch nicht, es ist ja dann wirklich ein Kind, das du eigentlich umbringst. Und es würde ja eigentlich rein theoretisch nicht darauf vorkommen, ob du das Kind in der fünften Woche umbringst oder ob es dann umbringst, wenn es eins ist oder wenn es 20 ist. Du kennst es einfach viel mehr, aber sonst ist es immer ein Leben, das du tödst. Hätten Sie beide damit leben können, wenn Salome ihr Kind abgetrieben hat? Wir hätten weiterleben müssen, ja. Also ich muss sagen, der Gedanke, dass unser erstes Enkelkind umgebracht wurde, finde ich schlimmer, als dass wir halt jetzt den Mehraufwand haben und dafür, dass lebendige Kinder haben. für sie. Ich bin froh, dass Salome entscheiden konnte. Dass wir nicht dann irgendwie... Das ist immer schnell vor uns gelangt. Wir haben dort nicht die Befugnisse und wir haben gesagt, wir machen beides, gehen wir mit ihr. Also und, dann nehmen wir das. Salome hat zwei Geschwister, die um ein Jahr jüngere Schwester Leonie und den 10-jährigen Timon. Auch Tageskind Helena gehört momentan zur Familie. Salome geht in die zweite Säcke. Heute wurden in der Schule alle Klassen über ihre Schwangerschaft informiert. Salome, wie geht es in die Schule? War es schlimm? Es geht eigentlich. Es war auch ein bisschen komisch. Die Änderungen haben schon so jö und so. Also du gehst mit einem guten Gefühl jetzt dann wieder in die Schule? Hast du keine Angst? Doch, Angst habe ich schon. Aber es ist eigentlich ein gutes Gefühl. Was war euren ersten Gedanken? Hat das Gefühl, dass Salome schwanger ist? Ja, sorry. Sag du! Ja, ähm, ich habe eigentlich zuerst gar nicht mitgebracht. Mir ist irgendwie alles ausgeschaltet. Ich bin auch mega verschrocken. Ich dachte, nein, es lügt mich ziemlich sicher an. Ja, zuerst habe ich auch gedacht, es ginge einen blöden Scherz oder so. Aber, ja, nachher ist es dann halt recht so, wenn sie uns noch so mehr erzählt hat, ja, dann hat man halt gemerkt, dass es wirklich stimmt. Und wie findet ihr das? Also, dass sie es ein bisschen gefaltet? Also, ehrlich gesagt, finde ich es gut, dass sie es nicht abgetrieben hat. Aber es ist schon recht hart. Im kleinen Reihenhaus beginnen die Vorbereitungen für die Ankunft des neuen Familienmitgliedes. So, es ist ein Zimmer, wo ich nachher komme. Ich würde ihn hier links im Ecken mein Bett herstellen. Und rechts würde nachher das Babybeutchen im Ecken kommen und daneben ein bisschen davor die Wickelkommode. Freust du dich auf die Zeit, wenn du mit deinem Baby das Zimmer teilst? Ja. Jetzt hast du immer so jemanden, der noch gegenüber ein bisschen schnarchelt und so. Das wird sicher herzig. Wo die aber auch in der Nacht auch nicht schlafen lassen, oder? Ja, aber es ist besser, wenn es gerade im Zimmer ist. Es werden die anderen auch noch wach. Dann ist das auch nicht so gut. Das möchte ich euch ganz schnell zeigen, was wir gesehen haben. Das Bett kann man hinten runterlassen. Das heisst, dass das Bett kopfteuf lag wird. Und die Beine raufkommen. Das ist eine Notfallmassnahme, die man macht, wenn man das Bett so schwer gestellt. Aber das reicht, dass wir es schon mal gesehen haben. Salome ist im neunten Monat. Seit der Schwangerschaft sind die Bande zwischen Mutter und ältester Tochter enger geworden. Salome will, dass ihre Mutter Dorothea sie bei der Geburt unterstützt. Im Geburtsvorbereitungskurs ist die 15-Jährige mit Abstand die Jüngste. Am Anfang fand ich es ein bisschen komisch. Aber dann hat man sich irgendwie schnell reingelebt. Und ich wurde jetzt auch ein bisschen reif. Und dann ist es nicht mehr ganz so ein grosser Abstand. Und die haben alle ihre Männer dabei? Du hast deine Mami dabei. Wie ist das? Das war jetzt kein Problem. Schon von Anfang an. Noch zwei Wochen bis zum Geburtstermin. Eine anstrengende Zeit liegt hinter Salome. Es haben mich einfach viele Leute immer angeschaut, mich komisch angeschaut. Ich habe Gesicht gebraucht, um zu schauen, wie alt sie ist. Aber ich fand es eigentlich nicht schlimm. Ich habe zuerst gesagt, ich gehe sicher nicht mehr auf die Strasse. Und jetzt bin ich trotzdem immer gegangen. Vom Vater ihres Kindes hat Salome nichts mehr gehört. Die Vaterschaft hat er in der Zwischenzeit anerkannt. Ich komme mich nicht runter, Mama. Die kleine Joya ist da. Geboren am 12. August 2009. Ich möchte es nicht mehr geben. Ich möchte es nicht mehr geben. Salome, ihre Geburt, war schlimmer als meine drei zusammen. Ich hätte also lieber selber geboren müssen, wie es einfach so schwierig ist. Das tut dann auch schon weh, oder? Ja, einmal hatte ich schon die Krise während der Geburt, als es geheißen hat, jetzt ist zwei Stunden lang nichts vorwärts gegangen. Da sind mir schon die Tränen gekommen und ich dachte, was wird das noch? Jetzt sind wir schon neun Stunden dran und immer noch ... 15 Std. war für mich etwas lang. Und von den Schmerzen her? Ja, es war ja immer einfach während der Wehen das Veto. Dann konnte ich zwischendurch wieder ausruben. Man konnte es verliehen. Ui. Joia. Salome wollte einen südländischen Namen für ihre Tochter. Eine kleine Reminiszenz an den Kindsvater, der aus Mexiko stammt und als Adoptivkind in der Schweiz aufgewachsen ist. Gesehen hat er sein Kind bis jetzt noch nicht. Wie ist das für dich, Salome? Bist du Mami? Ja, man hat mehr zu tun. Man bekommt nicht mehr so zu viel. Aber es geht noch. Was bedeutet dir Joia? Sehr viel. Alles eigentlich. Joia wurde am Ende der grossen Schulferien im Sommer geboren. Nach den Herbstferien will Salome ihren kurzen Mutterschaftsurlaub schon wieder beenden und ihr letztes Schuljahr beginnen. Um den Anschluss nicht zu verpassen, macht sie täglich Hausaufgaben. Ich will wieder in die Klasse, in die gleiche. Daran fühle ich mich wohl. Und dort, ich kenne sie auch. Und dann geht es auch einfacher, wenn ich mal raus müsste, dann versteht sie das eher, als wenn ich in eine neue Klasse komme. Also du hast überhaupt keine Mühe hier umzuschalten. Du hast ein Baby, aber ich bin ja auch gleich mal in die Salome, wo du Ausaufgaben machen musst. Nein, überhaupt nicht, nein. Du hast jetzt auch nichts bekommen. Joi, 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 komm. Joas. Geh mal ein bisschen Wasser holen. Sagst du sonst? Ja, ja. Sind Sie heute aufgestanden? Um vier Uhr. Ja, nein, sie schläft am Morgen nicht länger. Und wie ist das so für sie? Sie muss sich halt einrichten. Ich gehe halt am Abend um halb neun ins Bett. Joia ist drei Monate alt. Ihre Grossmutter, die Hauptbezugsperson. Die Drei-Generationen-Familie hat ihren Rhythmus gefunden. Salome geht seit einem Monat wieder zur Schule. Zwischenmahlzeiten braucht es jetzt für Teenager und ein Baby. Und wo hast du die Schlüssellüftung? Was ist das? Ähm, ähm ... Man muss an vieles denken. Mit dem Öl und wie? Ja, ja, genau. Die abpumpte Milch. Abpumpmaschine, wenn sie müsste. Abpumpen statt still in der Pause. Abpumpen statt still in der Pause. Ich brauche die Milch an. Gut weiss ich. Jetzt geht's los. Salome ist 15 und besucht jetzt die dritte Sekundarschulklasse. Das geht schon jetzt. Geht mal in die Krippe. Zwei Tage pro Woche bringt sie ihre Tochter in eine Kinderkrippe, um ihre Mutter Dorothea etwas zu entlasten. Guten Morgen. Morgen. Ich komme hier wieder um 10 Uhr. Oh, ist gut. Sie hat schlecht geschlafen in der Nacht, also möchte ich jetzt ein bisschen mehr schlafen. Okay, das ist gut. Ja, das reicht. Tschüss. Es ist 7 Uhr in der Früh. In 20 Min. beginnt Salomes Unterricht. Den Wiedereinstieg nach der Geburt von Joya hat die junge Mutter problemlos gearbeitet. 10 Uhr Pause in der Schule. Salome ist schon wieder in der Krippe. Komm, schlafen. Wie lange hat sie geschlafen? Wie lange hat sie geschlafen? Ähm ... 14 Uhr. Mhm. Ja gut, dann gehe ich jetzt gerade pumpen. Joya hat eben getrunken. Darum muss Salome jetzt Milch für die nächste Mahlzeit abpumpen. Die Milch ist hier drin. Die grosse Pause einer Teenagermutter. In ein paar Minuten geht der Unterricht weiter. Tschüss, Joya. Ist es aber noch etwas Sehnsucht, wenn du in den Schuhen bist? Nein, das geht noch. Ich habe genug. Ich sehe sie zu Hause noch viel und muss sie noch rumtragen, wenn sie nicht zufrieden sind. Du meinst schon für die Pause? Ja. Tschüss. Tschüss. Ein knappes Jahr später besuche ich die Familie erneut. Joya ist jetzt 13 Monate alt. Sie ist eine ganze Liebe, pflegelechte. Aber so in der Nacht, das ist ... Das heisst, sie muss aufstehen in der Nacht? Ja. Das würde Salome nicht schaffen. Und wie lange steht sie hier so auf? Also richtig aufstehen, statt zum Bett ausstehen. Ungefähr fünfmal. Und ... Sie schreit nur fünfmal. Ich weiss es nicht. Man kann es schon gar nicht mehr erzählen. Ja, sie schlaft extrem unnötig. Also wer schläft hier wo? Also Joya im Bett. Und dann Mami unten und ich oben, weil ich früher einmal zum arbeiten muss. Und dann schlafe ich hier oben und so kann ich eigentlich einfach durchschlafen die ganze Nacht. Und Mami schaut dann einmal in der Nacht Joya an. Und du hörst dann gar nicht, wenn sie brüllen oder wenn Mami aufsteht? Nein. Also ab und zu hör ich es schon, wenn sie wirklich laut brüllen oder auch lang. Und dann wird sie einmal kurz wach und schläft dann gleich wieder rein. Aber sonst so die kleinen Schreie von Joya, die gehöre ich eigentlich nicht. Joya, du musst den Salat ziehen lassen. Da kannst du ihn noch nicht so gut tasten. Was für Joya kannst du geben? Was? Brotstückchen in die Suppe hineinpüren. Dann gibt mir ein bisschen Suppe. Salome ist 16. Eine junge Frau mitten in der Pubertät, die sich naturgemäss mit Händen und Füssen von ihren Eltern abgrenzen müsste. Wenn die Mutter des Teenagers aber das Kind des Teenagers betreut, wird dieser Ablösungsprozess kompliziert. Die 16 Jahre und das Kind, kann Salome irgendwo noch Teenager sein? Ich habe manchmal das Gefühl, sie ist mehr Teenager als Mutter. Wieso sagen Sie das? Wenn Salome da ist und ich auch da bin und ich z.B. am Kochen und sage Salome, sie muss jetzt schauen, dann vergisst sie sich einmal und schreibt ein SMS. Dann stehe sie ja schon wieder zwischen meinen Beinen, ohne dass das Salome gemerkt hat. Also von dem her, sie hat innerlich die Verantwortung, also sie ist ganz entspannt und überlebt das eigentlich mir. Das sind die auch feinstellen, oder? Ja, genau. Dann muss ich auch wieder bis da. Da hast du die Ausnahme. Salome hat die Schule abgeschlossen und macht jetzt eine Berufslehre als Zeichnerin. Unterstützt von ihrem Vater hat sie eine Stelle in einem Architekturbüro ganz in der Nähe der Krippe gefunden. Salome, Lehrling mit Kind. Ganz ehrlich gesagt habe, merken wir das im Alltag gar nicht so stark aussieht, wenn sie etwas erzählt oder vielleicht auf der Mausmatte Joya drauf ist. Aber sonst merken wir das nicht, weil sie es sehr gut mit den Eltern geregelt hat. Im Arbeitsalltag ist das ein kleines Thema. Das hat sie mega Freude. Es braucht zwar kein ganzes Dorf, um die kleine Joya aufzuziehen, aber immerhin eine ganze Familie samt Freunden. Zum Timon! Ich will wieder zu dir. Sie wäre am liebsten bei allen gleichzeitig gewesen, oder? Ohne gleichzeitig! Joya, Joya, du musst sein! Ja, genau! Bist du mit dem Kimi-Anspieler? Kommt Joya genug über, also quasi die Nähe von ihrem richtigen Mami? Das ist eher knapp, aber sehr intensiv und herzlich, wenn. Kurz und heftig, wie sagt man. Aber ich denke, Joya wird so gesättigt rundherum mit Liebe und Zuwendung. Also zu kurz kommt sie nicht. Joya ist dreieinhalb Jahre alt. Noch immer ist Grossmutter Dorothea ihre Hauptbezugsperson. Ich zeige Salome, ihren Eltern, Bruder Timon und Joya die allerersten Aufnahmen für diesen Film noch einmal. Bilder, die vor vier Jahren entstanden sind. Wieder Mami. Ja, wieder Mami. Wieder Mami. Mami. Ja, ich hätte mir sicher einfacher vorgestellt. Dort habe ich gedacht, dass es nachher einfach geht, dass sie gut schläft, dass ich auch schlafen kann, dass sie neben mir schnarchelt. Und ich bin halt zuhören in der Nacht und dann sogar noch herzig finde, wenn ich in der Nacht zuhören kann. Aber das ist halt dann auch anders geworden. Und ich war halt einfach dort irgendwie noch klein. Ich war dort bei 14, ich weiss noch, aber ich fand, ich bin jetzt recht gross. Aber wenn ich jetzt die ansehe, die 14 Jahre sind, oder wenn ich mich selber ansehe, dann finde ich ja ... Das wäre nicht so gross gewesen. Salome hat jetzt einen älteren Freund, der für Joya so etwas wie ein Vater isst. Vom biologischen Vater hat sie seit über einem Jahr nichts mehr gehört. Der sporadische Kontakt ist abgebrochen. Immerhin, er bezahlt die Alimente pünktlich. Ich finde es schön, wenn Joya einfach ihren Vater kennt. Aber wenn er sich da nicht darum kümmert, dann finde ich es auch blöd bei ihm, irgendwie nachhaken zu gehen und immer wieder fragen, ob er jetzt mal kommt. Und das möchte ich auch nicht umdenken. Salome ist 18 Jahre alt. In diesem Alter denken andere junge Frauen ans Wegziehen von zu Hause. Für Salome und ihre Tochter will ein solcher Schritt reiflich überlegt sein. Nicht nur wegen des Mehraufwands, den ein eigener Haushalt für sie bedeuten würde. Wenn jetzt Salome mit ihren auszieht, ob jetzt mit oder ohne Freunde, dann ist das fast wie ein Scheidungskind dann, also einfach ein Verlust hinnehmen muss. Und was ich denke, oder was mir anstrebt, was auch Salome klar ist, dass sie allernächster Nähe eine Wohnung suchen wird. Salome macht die Berufsmatur. ihren Eltern hat sie es zu verdanken, dass sie die Ausbildung machen konnte, die sie sich immer gewünscht hat. Sogar ein späteres Studium steht als Projekt im Raum. Salomes Eltern werden noch lange für sie und Joia sorgen müssen. Ich frage mich, ist das der Preis, den die Eltern zu zahlen haben, weil eine Abtreibung damals für sie nicht der richtige Weg war? Das ist immer meine Ausrede. Wenn es bei einigen Kollegen heisst oder so, wieso macht deine Mami so viel? Sie hat mich dazu überredet, sozusagen. Aber es ist eigentlich nicht so. Ich bin jetzt auch froh, dass ich das behalten habe. Sie hat mir nur gezeigt, was richtig ist und was gut ist. Dann habe ich sie abgetrieben. Heute wäre ich in einer Depression. Ich weiss gar nicht, ob ich die Lehrkitte machen konnte. Hast du es nie bereut, dass du das Kind gehalten hast? Nein, eigentlich habe ich sie nie bereut. Aber das Problem ist immer dann, wenn ich sehr viel zu tun habe, und sie kommt immer wieder, und ich kann nicht meine Sachen weitermachen und weiss, dass ich dann um 12 Uhr in der Nacht arbeiten muss und dann lieber ins Bett will, dann hätte ich mir damals schon gedacht, es wäre viel einfacher gewesen, wenn ich sie nicht gehabt hätte. Aber die Entscheidung, dass ich abtreibe oder nicht, steht nie als Frage dort. Uns ist immer klar, es war viel besser, dass ich sie behalten habe. Aber es wäre besser gewesen, wenn ich das gar nie erst gemacht hätte. Vier Jahre im Leben von Teenagermutter Salome und ihrem Kind. In Salomes Familie bezeichnet man Joya als Geschenk. Als Geschenk, das zwar niemand bestellt hat, über das sich aber alle von Herzen freuen. Die liegen mir genau an. Gute Nacht, Joya. Kassensturz, Dienstag 21.05 Uhr. SRF 1 Ich kenne Salome jetzt schon seit vier Jahren. Sie war 14 und im vierten Monat schwanger. Meine eigenen Kinder waren damals noch klein und ich wusste, was es bedeutet, sich die Nächte mit weinenden Babys um die Ohren zu schlagen. Wie muss das erst für einen Teenager sein? Wie ist es, wenn Kinder Kinder kriegen? Das wollte ich herausfinden und besuchte Salome fortan regelmässig. Und so hat alles angefangen. Beim ersten Mal erzählte er mir, dass er nicht zeugungsfähig ist. Als ich sagte, dass ich mir Kondome brauche, dass er einen Unfall hatte. Und ich kann jetzt eben darum keine Kinder mehr zügen. Und dann habe ich halt ohne mit ihm geschlafen. Und dann ist es halt passiert. Wieso hat er dich so angelogen? Das weiss ich nicht. Keine Ahnung. War das denn dein erstes Mal? Ja, das war mein erstes Mal. Es war auch nicht schlimm. Aber ja ... Salome ist das älteste der drei Kinder von Samuel und Dorothea, die jetzt mit 40 und 41 Jahren Grosseltern werden. Natürlich waren wir zuerst sehr erschrocken. Dann haben wir gedacht, das dürfte doch nicht wahr sein. Also ... Wieso? Wir waren schon ziemlich perplex. Nach dem positiven Schwangerschaftstest war das weitere Vorgehen für Salome vorerst klar. Ihr Freund, der 18-jährige Vater des ungeborenen Kindes, hatte sich per SMS von ihr getrennt und sie hatte nicht die geringste Lust, sein Kind auszutragen. Ihre Eltern, aktive Mitglieder einer evangelischen Freikirche, gingen mit Salome den ganzen Weg bis zum Schwangerschaftsabbruch. Der Termin im Spital stand schon fest. Aber dann ... Ich weiss auch nicht, es ist ja dann wirklich ein Kind, das du eigentlich umbringst. Es würde ja eigentlich rein theoretisch nicht darauf vorkommen, ob du das Kind in der fünften Woche umbringst oder ob es dann umbringst, wenn es eins ist oder wenn es 20 ist. Du kennst es einfach viel mehr, aber es ist immer ein Leben, das du tödst. Hätten Sie beide damit leben können, wenn Salome ihr Kind abgetrieben hat? Wir hätten weiterleben müssen. Ja. Also ich muss sagen, der Gedanke, dass unser erstes Enkelkind umgebracht wurde, finde ich schlimmer, als dass wir jetzt ... mit der Joya im Bett. Und dann dann die Mami unten und ich oben, weil ich früher einmal zum Arbeiten muss, und dann schlafe ich oben, und dann kann ich eigentlich einfach dort durchschlafen, die ganze Nacht. Und die Mami schaut dann einmal in der Nacht die Joya an. Und du hörst dann gar nicht, wenn sie brüllen oder wenn die Mami aufsteht? Also ab und zu höre ich es schon, wenn sie wirklich laut brüllen oder auch lang, dann wird sie einmal kurz wach und schlafe dann gleich wieder rein. Aber sonst so die kleinen Schreie von der Joya, die höre ich eigentlich nicht. Du musst den Salat ziehen lassen, da kannst du dir noch nicht so gut tasten. Was für die Joya kannst du geben? Was? Brotstücke in die Suppe reinpüren. Wie gibt mir ein bisschen Suppe? Salome ist 16. Eine junge Frau mitten in der Pubertät, die sich naturgemäss mit Händen und Füssen von ihren Eltern abgrenzen müsste. Wenn die Mutter des Teenagers aber das Kind des Teenagers betreut, wird dieser Ablösungsprozess kompliziert. Die 16 Jahre und das Kind, kann Salome irgendwo noch Teenager sein? Ich habe manchmal das Gefühl, sie ist mehr Teenager als Mutter. Wieso sagen Sie das? Ähm... Ähm... Wenn Salome da ist und ich auch da bin, und ich bin z.B. am Kochen und sage Salome, sie soll, sie ist jetzt, sie muss jetzt schauen, dann vergisst sie sich einmal und schreibt ein SMS, und dann ist sie schon wieder zwischen meinen Beinen, ohne dass das Salome gemerkt hat. Also von dem her, sie hat innerlich die Verantwortung, also sie ist ganz entspannt und überlaht das eigentlich mir. Das sind die auch Feinstellen, oder? Ja, genau. Dann muss ich auch wieder bis da. Salome hat die Schule abgeschlossen und macht jetzt eine Berufslehre als Zeichnerin. Unterstützt von ihrem Vater hat sie eine Stelle in einem Architekturbüro ganz in der Nähe der Krippe gefunden. Salome, Lehrling mit Kind. Ganz ehrlich gesagt, merken wir das im Alltag gar nicht so stark aussieht, wenn sie etwas erzählt oder vielleicht auf der Mausmatte Joya drauf ist. Aber sonst merken wir das nicht, weil sie es sehr gut mit den Eltern geregelt hat. Im Arbeitsalltag ist das ein kleines Thema. Das hat sie mega Freude. Es braucht zwar kein ganzes Dorf, um die kleine Joya aufzuziehen, aber immerhin eine ganze Familie samt Freunden. Zum Timon! Schau, ich will wieder zu dir. Sie wäre am liebsten bei allen gleichzeitig gewesen, oder? Ohne gleichzeitig! Joya, Joya, du, du bist spannend! Ja, genau! Bist du mit dem Kimi am Spielen? Kommt Joya genug über, also quasi die Nähe von ihrem richtigen Mami? Das ist eher knapp, aber sehr intensiv und herzlich, wenn. Kurz und heftig, wie sagt man. Aber ich denke, Joya wird so gesättigt rundherum mit Liebe und Zuwendung. Also zu kurz kommt sie nicht. Und dort, 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 in den Gang. Am feiern? Ja, nein, also sie schläft am Morgen nicht lange. Und wie ist das so für sie? Man muss sich halt einrichten. Ich gehe halt am Abend um halb neun ins Bett. Joya ist drei Monate alt, ihre Grossmutter die Hauptbezugsperson. Die Drei-Generationen-Familie hat ihren Rhythmus gefunden. Salome geht seit einem Monat wieder zur Schule. Zwischenmahlzeiten braucht es jetzt für Teenager und ein Baby. Und wo hast du die Schlüssellüftung? Ähm, ähm ... Du musst an vieles denken. Mit dem Öl kommt sie jetzt. Ja, genau, die abpumpte Milch. Abpumpmaschine, wenn sie müsste. Abpumpmaschine, wenn sie müsste. Abpumpen statt Stille in der Pause. Da bräuchte die Milch an. Ich weiss nicht. Ich schlafe. Salome ist 15 und besucht jetzt die dritte Sekundarschulklasse. Jetzt geht man in die Krippe. Zwei Tage pro Woche bringt sie ihre Tochter in eine Kinderkrippe, um ihre Mutter Dorothea etwas zu entlasten. Guten Morgen. Morgen. Ich komme hier wieder um 10 Uhr. Ist gut. Sie hat schlecht geschlafen in der Nacht, also möchte ich jetzt ein bisschen mehr schlafen. Okay, das ist gut. Tschüss. Es ist 7 Uhr in der Früh. In 20 Min. beginnt Salomes Unterricht. Den Wiedereinstieg nach der Geburt von Joya hat die junge Mutter problemlos geschafft. Okay, Tektus. Und da? 10 Uhr Pause in der Schule. Salome ist schon wieder in der Krippe. Komm, schlafen. Wie lange hat sie geschlafen? Ähm ... 40 Minuten. Mhm. Ja gut, dann gehe ich jetzt abpumpen. Joya hat eben getrunken. Darum muss Salome jetzt Milch für die nächste Mahlzeit abpumpen. Die Milch ist hier drin. Die grosse Pause einer Teenagermutter. In ein paar Minuten geht der Unterricht weiter. Tschüss Joya. Das ist aber noch etwas Sehnsucht, wenn du in den Schuhen bist. Nein, das geht noch. Ich habe genug. Ich sehe sie zu Hause noch viel und muss sie noch rumtragen, wenn sie nicht zufrieden ist. Du meinst schon für die Pause? Ja. Tschüss. Hallo. Ein knappes Jahr später besuche ich die Familie erneut. Joya ist jetzt 13 Monate alt. Sie ist ganz liebe, pflegelechte. Aber so in der Nacht, das ist ... Das heisst, sie müssen in der Nacht aufstehen? Ja. Das würde Salome nicht schaffen. Und wie lange stehen sie da so auf? Also richtig aufstehen, zum dort ausstehen. Ungefähr fünfmal. Und ... ... den Shoppengänger ungefähr fünfmal. Und weil sie schreit noch mal, fünfmal schauen. Ich weiss es nicht. Man kann es schon gar nicht mehr erzählen. Ja, sie schläft extrem unneu. Ja. Also wer schläft wo? Also ... ... dass sie mehr Aufwand haben. Und dafür, dass sie lebendige Kinder haben. Für sie. Ich bin froh, dass alle, wir ... ... entscheiden können. Dass wir nicht ... ... irgendwie ... Wir haben dann ... ... ziemlich schnell vor uns klagt. Also wir haben dort nicht den Entscheidbefugnis. Und wir haben gesagt, wir machen beide. Das gehen wir mit ihr. Also komm, dann nimm mal das. Salome hat zwei Geschwister. Die um ein Jahr jüngere Schwester Leonie und den zehnjährigen Timon. Auch Tageskind Helena gehört momentan zur Familie. Ich fühle zu schwebeln. Salome geht in die zweite Ecke. Heute wurden in der Schule alle Klassen über ihre Schwangerschaft informiert. Wie ging es in die Schule? War es schlimm? Ähm ... es geht eigentlich. Es war auch etwas komisch. Die anderen haben schon so ... Und so ... Also du gehst mit einem guten Gefühl jetzt wieder in die Schule. Hast du keine Angst? Ähm ... Doch Angst habe ich schon. Aber es ist eigentlich ein gutes Gefühl. Was war euer erster Gedanke? Hat das Gefühl, dass Salome schwanger ist? Ja ... sorry. Ja ... Ich dachte eigentlich zuerst gar nicht, mir war irgendwie alles ausgeschaltet. Ich war auch mega verschrocken. Ich dachte, nein, jetzt lügt sie mich sicher an. Ja, zuerst habe ich auch gedacht, sie gingen einen blöden Scherz oder so. Aber ja, nachher ist dann halt recht so, als sie uns noch so mehr erzählt hat. Ja, dann hat man halt gemerkt, dass es wirklich stimmt. Und wie findet ihr das? Also auch, dass sie das Kind behaltet? Also ehrlich gesagt finde ich es gut, dass sie es nicht abgetrieben hat. Aber es ist schon recht hart. Aber es ist schon recht hart. Im kleinen Reihenhaus beginnen die Vorbereitungen für die Ankunft des neuen Familienmitgliedes. So, jetzt ist das Zimmer, wo ich nachher herkomme. Ich würde ihn hier links im Ecken mein Bett herstellen. Und rechts wird nachher das Babybeetli hinten im Ecken kommen und daneben ein bisschen davor die Wickelkommode. Freust du dich auf die Zeit, wenn du mit deinem Baby das Zimmer teilst? Ja. Es ist immer so jemand, der noch gegenüber ein bisschen schnarchelt und so. Das wird sicher herzig. Wo die aber auch in der Nacht auch nicht schlafen lassen lassen, oder? Ja, aber es ist besser, wenn es gerade im Zimmer ist. Es werden die anderen auch noch wach und so. Dann ist das auch nicht so gut. Das möchte ich euch ganz schnell sagen, was wir gesehen haben. Man kann das Bett nach hinten runterlassen. Das heisst, dass das Bett Kopf tief lag. Und die beiden hochkommen. Das ist eine Notfallmassnahme, die man macht, wenn man das Bett so schwer stellt, aber dass wir das schon mal gesehen haben. Salome ist im neunten Monat. Seit der Schwangerschaft sind die Bande zwischen Mutter und ältester Tochter enger geworden. Salome will, dass ihre Mutter Dorothea sie bei der Geburt unterstützt. Im Geburtsvorbereitungskurs ist die 15-Jährige mit Abstand die Jüngste. Am Anfang fand ich es etwas komisch. Aber dann hat man sich schnell reingelebt. Ich wurde jetzt auch etwas reifer. Dann ist es nicht mehr ganz so ein grosser Abstand. Und die haben alle ihre Männer dabei? Du hast deine Mami dabei. Wie ist das? Das war jetzt kein Problem, schon von Anfang an. Das war jetzt noch nicht. Noch zwei Wochen bis zum Geburtstermin. Eine anstrengende Zeit liegt hinter Salome. Es haben mich einfach viele Leute immer angeschaut, komisch angeschaut. Ich habe ein Gesicht gebraucht, um zu schauen, wie alt sie sind und so. Aber ich fand es eigentlich nicht schlimm. Zuerst habe ich gesagt, ich gehe sicher nicht mehr auf die Strasse. Jetzt bin ich trotzdem immer gegangen. Vom Vater ihres Kindes hat Salome nichts mehr gehört. Die Vaterschaft hat er in der Zwischenzeit anerkannt. Da komme ich nicht runter, Mama. Die kleine Joya ist da. Geboren am 12. August 2009. Ah! Ah! Ich möchte das jetzt vergessen. Die Salome, ihre Geburt, war schlimmer als meine drei zusammen. Ich hätte lieber selber geboren müssen, weil es einfach so schwierig ist. Das tut das auch schon, oder? Ja, es ist ... Ja, einmal hatte ich schon die Krise während der Geburt, wo es geheißen hat, jetzt ist zwei Stunden lang nichts vorwärtsgegangen. Da sind mir schon die Tränen gekommen. Ich dachte, oh weia, was wird das noch? Jetzt sind wir schon neun Stunden dran und immer noch ... 15 Stunden war für mich ein bisschen lang. Und so von den Schmerzen her? Ja, es ist eigentlich ... Es ist ja immer einfach während der Wehe das Wetter. Dann konnte ich zwischendurch wieder ausrufen. Und man konnte es verliehen. Ja. 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 Man hat mehr zu tun. Man kriegt nicht mehr so zu viel. Aber es geht noch. Was bedeutet dir Joya? Sehr viel. Alles eigentlich. Joya wurde am Ende der grossen Schulferien im Sommer geboren. Nach den Herbstferien will Salome ihren kurzen Mutterschaftsurlaub schon wieder beenden und ihr letztes Schuljahr beginnen. Um den Anschluss nicht zu verpassen, macht sie täglich Hausaufgaben. Ich will wieder in die Klasse, die gleich. Daran fühle ich mich wohl. Ich kenne sie auch. Und dann geht es auch einfacher, wenn ich mal eben müsste raus. Dann versteht sie das eher, als wenn ich gerade in eine neue Klasse komme. Also du hast überhaupt keine Mühe hier umzuschalten. Dann hast du ein Baby. Aber ich bin ja auch gleich mal in die Salome, wo sie Hausaufgaben machen muss. Nein. Überhaupt nicht. Nein. Du hast jetzt auch nichts in die Klasse. Jojojo, komm mal. Joos. Hm? Ich will noch die Wasser holen. Was hast du sonst? Ja. 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 Ja.